Hallo, hier ist Sion und willkommen zurück zu Let's Play Lufia to Rise of the Sinistrals auf der Fortress of Doom. Und erinnert ihr euch, sah es nicht mehr oder weniger genauso im Intro aus von Lufia 1? Ah, da wäre eine Erinnerung wach, hm? Leider wissen wir wohl auch, wie das Ganze ausgehen wird, aber genießen wir den Rest des Spiels. Nur so ein Leben bei, es gibt hier, wie ihr es wahrscheinlich schon seht, keine Gegner, denn im ersten Spiel waren hier ja nur Random Encounter und ich schätze mal, die haben sich dann gedacht, nee, lassen wir die hier einfach mal weg. Finde ich aber angenehm, jetzt können wir nämlich ganz in Ruhe hier durchlaufen und die ganze Mucke genießen. Und ihr seht schon, wir finden nur Miracles, also jetzt noch zu verlieren ist, glaube ich, so gut wie unmöglich. Wie viele Miracles haben wir eigentlich nur so nebenbei, das würde mich mal interessieren. Achso, weiter oben, ne? Miracles 11. Nicht so viele wie im letzten Spiel, da hatte ich ja bombastisch viele, ne? Aber gut, das passt schon. Auf jeden Fall einmal unten rumgehen und die ganzen Truhen holen und dann hier wieder hoch und holen wir uns das nächste Miracle, ne? Ich glaube wirklich, dass es hier nur noch Miracles gibt. Im ersten Spiel gab es hier noch ein paar Stat Potions, aber ganz ehrlich, nach den 40 Stück brauche ich eh keinen mehr. Von daher macht das auch keinen Unterschied. Aber gut. Hä? Was ist jetzt los? Das war im ersten Spiel aber nicht so. Gades? Du führst noch mal eins auf den Sack. Von mir aus, es ist Boss-Time zum vierten Mal gegen Gades, glaube ich zum vierten Mal. Jedenfalls, ihr seht schon, für diese Kämpfe, in denen wir hier den Sinnerstrots gegenüberstehen, ist unsere IP immer komplett gefüllt, was ich ziemlich, ziemlich geil finde. Und davon machen wir gleich mal Gebrauch, indem wir erstmal ein bisschen Berserker raushauen. Wobei ich bei Maxim lieber mit dem Dual Blade die Wave Motion machen will, denn die Wave Motion, ich hab mich ein bisschen gehört, sie haut die Statuswerte von Maxim komplett aufs Maximum und außerdem jeden die MP und HP voll. Für die Statuswerte lohnt es sich absolut. Ansonsten, die anderen beiden können mit der Holy Energy angreifen oder, ja doch, Holy Energy passt eigentlich. Damit sollten wir eine Menge Damage sehen und Guy gibt uns ein bisschen mehr Angriff und dann sollten wir ihn in zwei, drei Runden fertig gemacht haben. Ja, ich mein, er dürfte aber in diesem Kampf, glaube ich, tatsächlich stärker sein als im letzten Kampf, oder? Nö, nicht mal. Das ist interessant. Ich hab eigentlich gedacht, dass sie ihn stärker gemacht hätten, aber irgendwie, Gades, nicht so das Wahre, sag ich mal. Also, der erste Kampf war noch eine Herausforderung, aber selbst der zweite Kampf, wo wir nur zu dritt waren, war ja eigentlich ein Witz. Aber gut. Jedenfalls Wave Motion kostet, glaube ich, die komplette, ja, den kompletten IP-Balken, aber es lohnt sich definitiv. Man fasst halt dich wieder auf Flucht gedrückt und du kannst nicht die Triple Attack machen, das ist natürlich schade. Dann greifen wir einfach mal physisch an. Mit dem Berserker machen alle noch ein bisschen mehr Damage. RT leider nicht ganz so viel, wie ich gerne hätte, aber die anderen dafür umso mehr. Von daher passt das schon. Ja, ihr seht schon, Maxim 1500 Damage. Richtig nice. Eventuell sollte ich mit RT vielleicht den Zauber lieber raushauen, aber gleichzeitig denke ich, mir lohnt sich nicht unbedingt. Von daher, einfach weiter. Viel mehr Strategie ist ja eigentlich wirklich nicht, von daher, das passt eigentlich. Hm. Na komm. Wie lange? Na also, das war's schon. Hat nicht wirklich lange gedauert. Ja, ich glaube, er ist wirklich genauso stark wie damals auf dem Tower von vorhin, von vor ein paar Episoden, aber gut. Sollte uns auch nicht wirklich stören. Jedenfalls freut es mich, dass Flash überlebt hat, weil Flash kann auf jeden Fall die Level gebraucht, muss ich sagen. Arrrr. Und da ist er wieder da um. Mein Gott, wie sich das so anfühlen muss, immer wieder zu sterben, man. Ist ja wie ein Dragon Ball. Alles klar, ich habe mich eben nur mal schnell vollgehalten, von daher kann es weitergehen. 2F. Hier gibt es natürlich noch mehr Treasure, die wir holen wollen und von daher lassen wir auch gar nichts zu Hause und holen. Ist das ein Miracle? Yeah. Ich habe erst überlegt, ob ich hier ab der Photos of Doom einen riesigen Part mache, aber ich glaube, ich schneide es doch lieber in weitere Parts, dann haben wir im Endeffekt doch mehr vom Spiel, hm? So sehe ich das zumindest. Und schaut mal, die haben hier extra einen Background endlich hinzugefügt. Das war im ersten Spiel, glaube ich, nicht so. Sieht auf jeden Fall stylisch aus, hm? Man merkt auf jeden Fall, aber ich meine, grafisch ist das Spiel, gerade hier auf der Photos of Doom, es sieht richtig, richtig nice aus, oder? Was jetzt merkt man so richtig, um wie viel sich das Spiel optisch verbessert hat vom Vorgänger, hm? Würde ich mal meinen. Aber gut. Aber ja, das sieht man eh, weil ich meine, das hat man im ganzen Spiel schon gemerkt, aber jetzt gerade in Gebieten, die wiederkommen. Und ich meine, die Mucke kennt ihr auch noch aus dem ersten Spiel, aber sie klingt hier noch besser. Ihr solltet euch mal wirklich die symphonische Version anhören, die ganzen Stücke aus dem DS-Teil, die sind richtig, richtig, richtig nice. Oh, schaut mal, da hinten haben die Berge eine andere Farbe, hm? Aber hört sie euch definitiv an, wenn ihr auf die Lufi-Musik steht, weil die ist richtig gut. Auch wenn das Gameplay vom DS-Spiel, ja, eine Sache für sich ist, aber die Mucke, die ist, die ist wirklich richtig nice. Aber gut. Es gibt sogar einige richtig gute Remakes davon. Auch vom Sinistery-Theme und so weiter. Also, Lufi-Mucke begeistert die Leute, hm? Und da hinten waren zwar noch Treppen, aber die führen genauso wie im letzten Spiel nur zu diesen Healing-Restoration-Points, die ich nicht brauche. Von daher gehen wir weiter. Hm? Ammon. Ja, schon wieder. Aber von mir aus, wir haben schon letztes Mal deine Real Power gesehen, aber es ist Boss-Time gegen Ammon. Und wir haben wieder unsere vollen IP-Attacks, was ich richtig nice finde. Fangen wir wieder mit Wave-Motion an. Ansonsten, du... Hm, ja, haut weiter die Holy Energy aus. Das dürfte eigentlich passen. Denn er dürfte, glaube ich, auch so stark sein wie auf dem Tower zuletzt. Und Ammon ist definitiv stärker als Gades in diesem Spiel. Gades, ich weiß, im ersten Spiel fand ich, Gades war irgendwie von den ersten drei Sinisterts die größte Herausforderung, weil er überhaupt nicht mit Magie gearbeitet hat. Aber in diesem Spiel können die ganzen anderen Sinisterts uns ja, wie ihr sehen könnt, verwirren. Und das ist dann doch irgendwie schrecklicher. Zudem zieht Gades irgendwie kaum noch was, ne? Aber gut, Wave-Motion definitiv einsetzen. Bringt ne Menge. Und Celan ist verwirrt, das ist doof. Ich würde sie gerne mit Pardiali heilen, weil ich nicht will, dass sie mich unbedingt angreift. Und meine Schweigs da, 380 Schweigs, das sollte irgendwie überausreichen. Und ich glaube, die Speed-Coachings haben Arty und Celan richtig gut getan. Denn, okay, alles stimmt. Okay, ja, Maximus ist natürlich jetzt auch schneller, weil er durch seinen IP-Attack ein bisschen Speed dazu gewonnen hat. Aber, ja, ja. Guy, du ziehst gar nicht so viel, wie ich das... Ich glaube, ich hab weg... Moment, hab ich vergessen, Guy, den... Doch, du hast den Ghost-Trap. Trotzdem ziehst du so wenig. Ich bin irgendwie enttäuscht von dir. Aber passt schon. Moment, kannst du deine IP einsetzen? Ja, Holy Energy, richtig geil. Immer wenn ihr Holy Energy... Ah, ich hätte heilen sollen. Aber immer wenn Holy Energy geht, ihr Holy Energy rauspfeffern, weil das zieht nochmal guten Damage. Oh yeah, Maximus böse. Haha, das war's schon. Nicht zu schwer. Und wie sie alle dieselbe Sterbe-Animation haben. Und nochmal 50 Tau sind Erfahrungspunkte. Und nochmal Level für Flash, richtig gut. Na, fang an zu heulen und hau ab. Zwei down, zwei nur für uns, ha? Ah, ich hab meinen Fehler mitgekriegt. Ich hab aus Versehen Guy den Ghost-Ring und nicht den Undead-Ring gegeben, ich schon nie. Von daher hat das natürlich... Oder sollte das erklären, warum er nicht so viel gezogen hat, wie er könnte. Gut, sollte im nächsten Kampf dann umso besser sein. Aber holen wir noch die letzten Schatzthronen im Spiel, die wir uns holen können. Denn hier warten noch drei Miracles auf uns. Ja, die ganzen Miracles. Haha. Ich find das auch richtig geil, dass hier so im Hintergrund dieses... Outer Space-mäßig ist. Es hat was, es hat was. Auch wenn wir wahrscheinlich niemals so weit oben sind, ne? Aber ich mein, die Fortress of Doom bewegt sich ja nicht außerhalb der... der Stratosphäre, oder wie man sagt. Aber, naja. Na, erinnert das nicht auch auf das erste Spiel damals? Ja, aber auf jeden Fall, ne? Da, genau wie im ersten Spiel, er läuft einfach rüber. Und er sagt exakt dasselbe. Das pumpt dann richtig. Und dann? Ja, das ist auch so ne Sache. Ich mein, im ersten Spiel wirkt es so, als hätten sie das Duel Blade für ne ganze Weile. Aber hier, wenn er hier das Duel Blade erwähnt, ich mein, die haben das seit 5 Minuten. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht, in der kurzen Zeit wissen sie schon alles darüber, oder wie. Also das ist so ne Kleinigkeit. Aber sonst passt das eigentlich. Ja, verspreche ich es mir jetzt mal an. Oh mein Gott! Tu doch nicht so, als ob du das nicht weißt. Wie heißt du? Aaron, musstest du dir erstmal überlegen, ja? Ja, natürlich hast du das gemacht. Na, dann sollten wir das wohl schleunigst ändern. Es ist Boss-Time gegen Aaron und... Uh, uh, schaut euch mal den Sprite an. Gut, ihre Nase sagt mir nicht so zu, aber sonst... Hey, hey, hey. Jedenfalls, Aaron ist soweit, wie ich das sehe. Eigentlich die... Moment, war doch... Off! Ich hab aus Versehen, dass Megasheed... Ah, egal, egal, egal. Ich hab aus Versehen, dass Megasheed ausgeswischt. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber passt schon. Jedenfalls, meiner Meinung nach ist Aaron eigentlich die Stärkste der Sinisterals. Denn sie ist schließlich der... Oder die Sinisteral of Death. Ich meine, sie kann entscheiden, wer wiederbelebt wird und wer nicht. Und wer... Wer das nicht die Stärkste ist, wer denn dann, ne? Denn sie hat ja quasi die Macht, die ganzen anderen immer wieder zu belegen. Und das konnten... Oder können die anderen eben nicht. Ich glaub, deswegen haben sie auch im ersten Teil so unbedingt gehofft, dass sie wieder zurückkommt, ne? Weil ohne... Ohne sie wären die anderen Sinisterals ja auch nicht wieder auferstanden, ne? Naja, 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 aber gut. Auf jeden Fall, die Devastation Wave sollte ein bisschen mehr ziehen als die von... Ah, nicht wirklich, aber sie kann... Maxim! Du Dreckige hast Maxim gewonnen, Schatte. Das gibt's doch nicht. Weil du greifst weiter an. Du belebst deinen Mann bitte wieder. Und du greifst weiter an. Ja, ihr seht schon, selbst Maxim kann sowas nicht überlegen. Ich hasse Instant-Death-Attacken. Ich hasse es, weil sie in diesem Spiel irgendwie gegen mich doch öfter getroffen haben. Zumindest in diesem Run als in meinen Testings. Ich versteh's auch nicht. Ah, aber ich hasse Instant-Death. Instant-Death ist so fies. Aber gut, sollen uns nicht stören. Wenn wir jetzt... Sprite ist interessant. Wir haben ihn ja vorher noch nie gesehen, ja? Wir haben ja vorher nie gegen sie gekämpft, ne? Interessantes Schild, doch. In Dufia 1, meine ich, hatte sie irgendwie ein Kleid an und sah irgendwie anders aus. So nach einem heimsuchenden Geist oder sowas. Und den Zinken in der Nase hatte sie auch nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Ah, Dark-Fried sieht gar nicht so... Oh, du hast Flash getötet, du Schwein. Kannst du schon? Ne, kannst du natürlich nicht. Dann greift ihr beide mal an. Du heizt. Irgendwer muss ja hier ein. Und du kannst... Oh, nicht wirklich was Brauchbares machen. Na, dein physischer Angriff nicht so stark. Magie, ich glaube wirklich, seine Magie könnte er mehr ziehen. Aber ist ja auch nicht so wild. Jedenfalls Maxim zieht ordentlich. Das ist nice. Und selbst Guy sollte jetzt, ja, bemerkenswert mehr ziehen. Na also. Gut, wenn du weiter Dark-Fried machst, fühlt sich natürlich die IP von allen. Hm, töd ich dich schneller. Ja, aber ich muss definitiv das Schild von Guy wieder ändern, weil ich hab lieber Berserker. Weil ich dann einfach mal den Angriffsboost ausspielen kann. Das gefällt mir eigentlich immer mehr. Ja, du greifst an. Du kannst du schon. Holy Energy, sehr schön. Und ja, irgendwer muss ja heilen, ne? Von daher. Aber ich find's gut, dass ich Artea durch die Speed Potions so schnell gemacht hab. Weil, wie wir alle wissen, einen schnellen Mage zu haben, der heilen kann, bevor der Gegner dran ist, ist cool. Naja, der Bogen ist hier im Endeffekt auch nicht so sinnvoll wie in Lufia 1, wo man Jaren einfach ihren Crossbow gibt. Und dann seine Charaktere von Verwirrung heilen kann. Das war da noch richtig nice. Außerdem auch mit Reflect und so weiter. Da muss ich sagen, tatsächlich, bis auf ein paar Kämpfe am Anfang, wo wirklich Berserker und Diebers richtig sinnvoll waren, und besonders halt im Gailies-Kampf, finde ich die Kampfmechaniken, glaube ich, doch am ersten Lufia besser. Weil da hatten wir zwar in den meisten Kämpfen immer dasselbe gemacht, aber gerade hier diese entscheidenden Kämpfe am Ende hatten viel mehr Strategie als im anderen Spiel. Aber, naja, ist vielleicht nur meine Meinung. Muss wohl jeder für sich selbst enden. Nein, 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 du bitte die Holy Energy. Genau. Aber, ja gut, so einen großen Unterschied macht das dann auch nicht. Ich meine, beide Kampfsysteme haben was. Aber, das erste, wobei ich sagen muss, ich mag das nicht so sehr, wenn die Buffs nur für eine gewisse Anzahl von Runden da sind. Ich hab's eigentlich lieber, wenn sie für den kompletten Kampf da sind. Das ist, das gefällt mir persönlich mehr, aber, na, nur eine von den Triple Attack musst du treffen. Und damit hätten wir die nächste Down gekriegt, he? Alles klar. Drei sind weg, aber jetzt dadurch, dass wir sie besiegt haben, sollten die Sinistroids auch nicht nochmal wiederbelebt werden, he? Das passt. Meine Frau. Und mein Kind, Jairus. Natürlich würde er. Hm, starke Worte vermerksam, he? Na, da schauen wir mal. Sind wir wirklich in der Lage, Deus zu besiegen, he? Wie die Mucke einfach mal weg ist. Aber Moment, ich möchte nicht, dass du... Nein, ich möchte, dass du bitte das... Circus Sheet war das, ne? Ja, nimm das Circus Sheet, danke. Gefällt mir besser. Wollen wir in der Lage sein, Deus zu besiegen und dem Ganzen ein Ende zu setzen, he? Find uns raus beim nächsten Mal in Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistroids. Ich bin Sien und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.